hallo freunde ich wollte euch mal eine funktion von nissan kashqai zeigen und zwar wie man sein telefon mit dem bluetooth verbindet und musik hören kann am anfang habe ich da auch eine ganze weile gebraucht bis ich das herausgefunden hat wie man das macht und zwar hier im display jeder weiß im menü ganz normal verbindet man sein gerät mit bluetooth sein telefon und danach denkt man das ist ganz einfach und es geht los so ist es nicht ich habe ganz schön lange gebraucht um diese funktion zu finden es steht auch nur so man drückt hier auf aux und was man hier sieht ist dass man sein telefon entweder hier über usb bluetooth oder hier so ein stecker verbinden kann aber wenn man es dann verbunden hat wo geht es dann los warum hört man hier keine musik und was muss man dann tun steht hier auch nur so man muss noch mal auf aux drücken darauf muss man ja erst mal kommen hier sieht man das telefon ist verbunden und jetzt könnte man hier play pause danach funktioniert alles aber um das erst mal herauszufinden also war nicht ganz einfach aber so geht es ich hoffe ich habe euch damit geholfen und bald gibt es ganz viele neue videos verschiedene fahrzeuge funktionen die man auf die man nicht sofort kommt und auch andere themen vielen dank dass ihr zugeschaut habt und bis bald